UNTERTITELUNG Das geht jetzt schon tagelang, Sogoi. Die Elemente schweigen weiter, Agra. Wie kann ich ihnen helfen, wenn sie nicht zu mir sprechen? Du musst dich ausruhen. Jeder hat seine Grenzen. Schau dich doch um. Diese Welt leidet und stirbt. Ich darf keine Grenzen haben. Wann wirst du erkennen, dass du diese Last nicht allein tragen kannst, Goel? Wo? Große Geister, bitte, sprecht zu mir. Zeigt mir, was zu tun ist. Ihr ruft, kleine Schamanen. Und der Feuerlord erscheint. Ihr und eure Art dachten, dass die Feuer der Vergangenheit erwachsen seien. Doch ich zeige euch die Wahrheit. Wo soll ich einen neuen billen? Wo soll ich diesen Schritt weg? Ich kann den Weg geben. Deine werden die Leinen gewählte. Wir werden die Reaktion bedrachten. Wir werden die Geister hier gewöhnen. Dann werden sie noch nicht so früh durchgefährd. Die Verkaufelung des Spieles auf dem Weg hinaus. Diese Welt, alles, was euch teilheizt, existiert nur, um zu brennen. Das Ende naht, so Pondurothan, die finale Stunde des Zwielichts. Und ihr könnt nichts tun, um sie aufzuhalten. Nein! Guil, ich hörte deinen Schrei. Was ist passiert? Feuer, Agra. Es jagt uns. Unaufhaltsam. Endloser Zorn. Sei tapfer, Guil. Noch ist das Ende nicht da. Komme, was wolle. Wir werden ihm tratzen. Gemeinsam. Ja. 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 Ja.